Mal. Okay, wie immer Leute, ihr seht das Video jetzt erst, also das ist Moing, 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 okay. Ah ja. Mach das. Also das Bikes. Ey, ich hasse das. Das ist das Bullshit. Ey. Oh, das ist jetzt das möglich. Der Deck ist echt kreise. Also, man kann ja nicht mehr den Mario wegschmeißen, dass das nicht im Perfekter ersatz. Irgendwie sogar besser als Perfekt. Geht das überhaupt? Egal. Wow. Nein. Nein, ich gehe da nicht hoch der See, wieder nur ein Böschen mit so aus dem Scheiß. Irgendwas, was ich überhaupt nicht haben will. Und ich auch den Tod nicht haben, also ist er da wahrscheinlich auch. Muss ja. Wie gesagt, ich denke, dich nicht haben will. Ey. Eure Glöcke für den Arsch. Weißte? Deine Mutter? Kack. Dein Vater? Wusstest du das schon? Ich hatte ja nämlich neulich draußen geobachtet dabei. Ey. Ich weiß schon warum ich mehr wo sie rasse. Ich weiß warum ich sie jetzt auch hasse. Was ist die für den Arsch? Die Physik ist für den Arsch. Alles für den Arsch. Natürlich. Aus einem Boing Boing. Da. Noch kaum mehr. Das ist halt der krank. Jetzt kommen wir auch Glitz hinzu. Super. Glitz hinzu. Boing Boing. Gleich. Oh mein fucking Gott. Tot. Boing. Tot. Boing. 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 Me �s kann nix, pricks, krank, doch. Wer hatte noch mal gesagt, da habe ich mich horb Bloing. h. ich hab no suck. ciudad knob das heißt gla settle, o est er das ist das als erster er das 7 Euro spiel den Heck nicht, ich spiel den schon, macht er nicht die Mühe, oh mein Gott, sind wir erkrankt, hey, hey, bitte mal auf ein Nachtmahn zu werfen, ja jetzt kommst du selbst runter, und die Scherz liegen da alleine, wuuu, wenn ich jetzt was jemand mehr deswegen werfen kann, also ich, naja, aber ich hab so ein Teil der Chefs zu werfen, ich hab die Entwicklung wieder auf mich selbst, und warum hab ich das Gefühl, dass wir diesen Eislevel lösen, guck mal, das ist ein Eislevel, guck mal, warum hab ich euch nicht bewegt, das ist ein Eislevel, ich hasse Eislevel, hab ich das auch schon erwähnt, ok, fassen wir das zusammen, ich hasse Eislevel, genauso wie ich boi boi werke hasse, und was hat er, hm, was hast ich denn nicht, und dann überlegen, normale Blöcke, Yoshi, manchmal, äh, normale Welten, ja, ich hasse eigentlich alles, wo Mario wird, ich hasse alle Gegner, und so, ja, Ich Maurier, die Kirche im Hinterblsee. Will someone please help me? Will someone please help me? No, why? Okay, meine Verbe, meine Feuer, meine Verbe, meine Verbe! Ja! 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 Bullet! Bullet! Wow! Bullet, komm! Komm! Aber Bullet, aber nicht so schlecht! Nicht so schlecht! Äh, nicht so schlecht! Eben! Ja, okay! Ist völlig okay! Ist völlig okay! Ach so, welche Gegner liebe ich? Ja, Bullet is! Ganz undeutlich! Ich mag Bullet is! Sie sind mir voll demartig! Man kann auf ihn hopsen und... Ja, ich mag's jetzt einfach! Jesus! Ich bin... Äh... Ja, was will ich tun? Ich bin ein Mario, der sich magisch unter und an mir hochbringen kann! Gott egal! Mario kann so vieles! Und vieles davon ist scheiße! Und vieles davon ist... Zum Beispiel Spindler! Wenn die auch klasse! Nein! Äh... ...und endlich schon wieder zu treffen! Ich... ...beginne... ...und unsere kleinen... ... Kämpfe zu mögen! Ehh... 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 ...aber hier... ...endet... ...deine... ...öh... ...deine Reise! ...Mach dich bereit zu sterben! Ehh... 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 Fläche, wie immer, selbstgeführt hat. Wo bist du? Wo bist du? Wo bist du? Was soll das? Wo ist der? Ah! Ach Gott, das war ein Moin draußen. Boi, Moin! Hi, Moin! Was ist das? Ja! Ja, wirklich! Ja! Komm, mach! Mann! Bisschen früher, okay? Bisschen früher! Sagt früher! Mann, ich kann nicht! Ich kann das nicht! Äh! Was soll das denn? Kacke! Genau so! Ja! Gut, noch einmal! Ah, warum Schnee? Wo ist hier mit dem Schnee? Wo ist hier Eis? Das ist schwierig, dass ich hier umziehe. Okay, jetzt wieder anders. Das ist nicht anders. Nein, gar nicht anders. Genau! Geschafft! So! So! Jetzt ist auch hier tot! Ah! Gut! Jo, gut! Ich werde schon mal abgeschlossen! Das ist ein perfekter Zeitpunkt, um Schluss zu machen! Dann geht's noch nicht mal weiter mit dem Vanam Cave! Das ist nicht immer wieder so zu machen! Werden wir uns beiden nennen? Naja, egal! Wir werden uns ja sehen! Bis dann! Bis zum nächsten Mal! Ciao!